moin leute und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight wir sind im heiligtum des zorns heilige städte für ein bisschen kontenance wie geht's dir was machst du hier ab ich gebe dir ein bitch slap alter hier komm her immer weg ich komme nicht weiter okay kinder ist hier irgendwo ja ich glaube sie ja sie hat ihn hergebracht ich komme auch mit rüber sie guckt die wand an wo ist er ja da die ecke ja ich habe gerade gesehen der hat am gender geforzt aber richtig richtig extrem ja da kann so eine druckwelle als wenn er irgendwas mit da bist ich glaube jetzt hier rüber obwohl die so nett gesagt hat man soll sie doch bitte nicht töten gerade richtig eine abgeschmattert dahinter ich würde erst mal gar nicht hingehen ich bin mir auch nicht sicher ob das nur luft war oder ausgefallen ist wo ist denn hier ein gen ich komme ja hier nicht weg ich bin ja in seiner nähe tja wer ist am anderen ende der map so sieht das ganze aus wollte sich nicht mehr er ist da die ganze zeit ja und was hätte ich ab tank einmal denn hier hilfst du sie vom haken läuft weg auf place team oder was ja 360 burnout und ein auerbach hinterher und dann hast du es geschafft oder was ein auerbach ein auerbach ey irgendwer hat die gerade runter geholt er kann ja denn nur die sein die jetzt liegt ja und jetzt hängt er sie wieder hin nee das ist die andere das ist die andere doch die haben die position getauscht ich habe noch nicht ein skill checker ab wo warte mal ich habe noch eine werkzeugkiste ja genau jetzt kriege ich skill check hätte ich mal gar nicht gewechselt das war so willst du sie nicht mal abhängen nein ich habe auch diese scheiß krähe jetzt er schlitzt sie die ganze zeit auf was soll ich da machen du könntest ihn eine klein gehst du hin gibst ihm bitch slap und dann läufst du weg ist das der doktor steppen ist er immer noch bei ihr keine ahnung ich musste weglaufen ich hab was verkackt was ich habe zu tun ja ich bin busy gerade also bitte nicht stören ja ich muss mich hier konzentrieren ich hab gar nichts gesagt mit hast du zu tun ach so was hast du gesagt hörst du nicht zu oder was ach so ja dann ja ich hab zu tun ja ja ich hab zu tun ja bitte nicht stören ich muss mich hier konzentrieren ja das ist eine ganz prummelige angelegenheit an der ich hierbei bin ne hast du gehört wo bist du denn du sollst mich nicht stören ich muss mich hier konzentrieren äh relativ mittig an dem tempel neben einer kiste mache ich einen generator generator ein generator ja das ist die die ja eben gerade immer rumgeschlitzt hat was du erzählt hattest wo du dich wie ein feigling versteckt hast statt dir zu helfen ach so ein menschen warte mal Kinder ist bei mir auf was soll ich denn jetzt warten keine ahnung bleibt doch mal stehen äh gib mal laut ne kannst du einmal klatschen damit ich weiß wo du bist ne geht gar nicht au das war ja jetzt nicht toll das ist ja direkt bei mir in der ecke hier warst du das oh er kommt ja aber wohin da Gott der hat uns nicht gesehen Gott deine blinden Ase jetzt kommt er zu dir haha echt jetzt? ich glaube okay okay ich bin weggelaufen bin ich da mal neben ich sehe mich aber ich habe über mir warum soll ich sein weil er gerade bei mir war das war knapp ja wo ist er hin ist er weggelaufen die scheiß tote totem schmute im sage ich immer nur einmal hier ein gen teil machen du hast eingemacht weißt du wie viel das ist das sind weniger als drei oder hat jemand in der schule aufgepasst eins ist eins ich habe hier halt so eine richtig doofe ecke also ich kann ihn nicht sehen wenn er kommt etwas doch ein perk das jetzt angezeigt wird nein dass den ton nur so ich dachte du siehst das oder so ja weil du gesagt hast du wissen dass wir wissen das und hier ist eins ich habe gedacht er ist blöd ich dachte du kannst das sehen er geistert hier bei mir rum ja er distanziert sich langsam er kommt wieder er macht meinen generator kaputt so ein schwein die olle drecksau der hat gegen meinen generator getreten das ist so frech so ich habe jetzt gleich wieder einen generator fertig und was macht ihr so so jetzt müsste er ja eigentlich gleich wieder herkommen ich wusste es doch er ist wieder weg was macht denn eigentlich die andere keine ahnung ob die sich versteckt ach so hast du nicht weiter gesehen ja nö das ist ja so typisch wenn ich die sehe kriegt die erst mal von mir so einen bisch slap wo ist er denn ähm guck mal nach links hast du nach links geguckt wenn ich gesehen nö nö der kann ich noch gucken ja das liegt wahrscheinlich an dieser komischen maske mit dieser leuchten drauf scheiße hätte ich mal nichts gesagt er weiß dass du in der nähe bist wegen dir kommt er zu mir ja jetzt hat er mich danke dafür ja weil er dich gesucht hat hat er mich gefunden ja ist doch schön ja geht so was ist das denn ich habe ihn auf meiner seite gestunt ich will mich nicht richtig heilen ich muss hier einmal um berg laufen er hat mich gesehen lauf 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 du ach du dickes ding seh zu dass du mehr sport machst ja mach mal die ist so lahmarschig ja ich habe einen sprint boost ich bin weg alter das hat er gesehen scheiße ich bin nicht weg leck mich am arsch ich muss da raus ich bin gleich raus ich mach hier hinten eine tür auf gerade falls was ist ja ich komme hin ich bring noch wen mit der möchte auch ihn glaube ich nein er hat mich kurz vor der tür nein bitte nicht ja ich renne auch schon verdammte kacke ich kann nicht schneller ich bin raus oh gerade so er hätte mir noch einen hit gegeben ich wäre gelegen boah das ist knapp alle rausgekommen oder ja ne einer ist ja gestorben oh Junge das war wieder eine Runde Dead by Daylight ich hoffe die hat gefallen war anfangs sehr ruhig später sehr nubig aber wir sind trotzdem gekommen wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen Like da wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder schaltet wieder ein bis dahin macht's gut ciao ciao ciao